So, und da sind wir wieder und wir wechseln, wie versprochen, in dieser Folge mal zu Michael. Zack. Und schauen mal, was Michael so macht, so, ne? Ich weiß ja nicht. Ähm, letztes Mal, was war denn das letzte Mal, wo wir Michael gesehen haben? Ich glaube, das war nach dem Juwelenraub, ne? Wo Luca Dora noch dabei war, oder nicht? Weiß ich nicht ganz genau. So. Zwischensequenz. Tja, der Alkohol. Der Alkohol ist diese Scheiße. Ist das dein? Natürlich nicht. Ich habe nur mich selbst zu schulden, für die Scheiße, die Kinder sind in. Du bist entweder schuldig, oder du schütztest in den Wolken, oder du bist da da, wie Gott nur weiß, was. Oh, ja. Ich habe das Schlimmste mit dir gemacht. Ich habe dich aus einem Midwestern-Trader Park. Ich habe dich eine große Mansion in Rockford Hill. Ich habe dich nicht mehr zu schulden, was du hast, was du hast, was du schuldigst, oder schuldigst. Ich habe dich, Michael. Oh, aber du nicht. Ich war mir glaubw, bis ich dich in einem Strip-Trader. Ich würde dich verabschieden, wenn ich mich nicht mehr so schuldigst. Du bist nichts, aber ein schuldig, schuldig, Hypokritier. Danke, Michael, was auch unser falsches Name ist. Du hast noch meine Serenheit verabschiedelt. Meine Yoga ist verabschied. Oh, das ist das, was sie jetzt sagen? Du und dein fucking Yoga! Hat jemand gesagt Yoga? Oh, hallo Fabian, darling! Namaste. Du musst du Mikkel. Namaste. Nah, Michael, mach dich selbst. Michael! Du musst du arbeiten mit deinem Angst, Bruder. Es tut dir. Ja, erzähl mir das. Ah! Da du bist, du kleine Scheiße! Du willst du das? Sehr lustig. Du weißt, du bist ein echtes Scheiße! Was hast du gerade gesagt? Stop it! Du, du! Du, du! Du, du! Du, du! Du, du! Du, du! Uh! Trevor? Michael. Hey. Es ist gut zu sehen, Mann. Hm. Ja, ich glaube es ist. Natürlich, ich bin nicht derjen, der wurde... ...resurrektiert. Das ist das, Graham. Ja, naja. Ich bin in ein bisschen wunderschön. Hm. Du sagst mir, Mann. Ja. Ja. Eine dieser... ...fake deine eigenen Todes zu deinem besten Freund. Und dann... ...la so rein mit dem Zord. Und dann... ...leise in einer großen Bisschen. Sitzige. Es ist eine Art von der Frage. Ja. Das ist eine Art von schauen. Ja, du hast eine Art von schauen? Weil ich all aus. Es war lange vor, Mann. Ich bin in Wettbewerbs-Protektion, und trotzdem bin ich. Das ist großartig. Das ist großartig. Entschuldigung, Entschuldigung. Wo sind meine Manners, richtig? Amanda, es ist gut zu sehen. Ich vermute dich. Du warst zu sein. Ich habe eine gute neue Teile. Jimmy, du, du warst zu sein. Aber ich kann dich nicht beschleunigen. Ich bin, du. Wer bist du? Amaste. Ich bin Fabian. Good Lord. Wo ist Tracy? Wo ist deine Freundin, Jim? Sie ist, sie ist, sie ist, sie ist, sie ist, sie ist für TV. Sie ist, 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 sie ist. Sie ist, sie ist, sie ist für Fame oder Shame. Sie ist oder Shame oder Shame? Was soll ich sagen? Du weißt, es ist das Talent-Skills-Show? Sie liebt das Talent-Skills-Show. Sie liebe es, ihr alle wissen das. Dancen. Oh, Christoph, sie ist ein schrecklicher Dancer. Michael! Sie könnte dich das nicht so sagen. Jesus Christoph, was, jetzt, jetzt, woher? Okay, das hatte ich mir jetzt anders vorgestellt. Aber es ist gut, so wie es ist. Okay. 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 So. How you been doing? Oh, I'm getting by. Aside from the loneliness and heartbreak, of course. You live in Los Santos? A few hours away. Okay. To where? Sandy Shores. The Alamo Sea. Ah, I hear it's nice there. Yeah, it's fucking beautiful. I mean, we ain't got the tennis court, the golf links, all the pumped up plastic sponsored used to out here, but, well, you know, it'll do. Yeah, well, you know, I'd ask you to stay, but... Yeah, don't worry. Alright? I got somewhere to crash while we work things out. With actual friends. We got things to work out. Yes, sirree. Okay. Aber naja, das Wiedersehen hat sich ja jetzt doch anders gestaltet, als ich gedacht hätte. Aber gut, die beiden haben sich wieder gesehen. Und somit sind eigentlich alle vereinigt, ne? Leck mich. Ach, das Host man, ist wie ein Klose-Tv-Presenter. Bitter-ass-fuckin-Vinegar. Und woher sie? Hallo, Herr, bitte haben Sie Namen. Woher die Fache ist Tracey Townley, oder? Tracey fucking DeSanta? Fuck, screw das! Woher die Fache ist Laszlo? Es ist wichtig, es ist wichtig. Be quiet! Shh! Oh, wow. Ja, das war wirklich... Alles klar, es sind die Ausbildung, Fahne oder Schamme, in der Saison 14, hier, in Vinewood, San Andreas. Kommt weiter, ist Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Ja. Hallo! Alles klar, Tracy ist ein Dancer, aber sie auch mag actieren, modellieren, und arbeiten mit Kindern. Das ist, das ist schön. Du bist so original, wie ein Baskett von Puppen, oder ein Baskett von Puppen. Wer sind diese Clowns? Das ist mein Vater und... ...Trevor? Zwei Vater. Oh, wow! Sehr, sehr San Andreas. Was machen Sie hier? Ja, was machen Sie hier? Okay, ich bin zurück. Relax, chill, mach dich zu Hause. Wir haben hier ein kleines Show. Okay. 3, 2, 1... Okay, es ist Fahne oder Schamme für Tracy DeSanta. Musik! Ach du Scheiße! Hahaha! Oh, oh Gott! Ist das... Ist das Ihr Ernst? Ist das Ihr Ernst? Ach du Scheiße! Oh Gott! Ich muss ein bisschen drüber reden, sorry wegen der Musik, ne, aber ähm... Ah, fuck, Alter! Das ist genug! Oh, oh, oh! Ich sagte, das ist genug! Hey! Ich habe Sicherheit! Sicherheit! Was du fucking sagen, big guy? Schau da! What the fuck? Komm her, you little shit! Tracy! Go home! What the fuck, wie weit ist der schon raus, Alter? Ja, und ich lauf gegen die Tür. Mann! Oh. Oh. Ah, das kann ich nicht umschalten, okay. Ach, leg mich. Alter, hätte ich unsere Kacke geklaut? Nee. Oh, recht hat er da recht. Fame or Shame. Ja, da hat er aber recht. Vielleicht hier so von der Seite? Schiss. Oh, dang it. Aber das Ding hier ist auch lahm wie sonst was. Was? Der Hölle? Denn wir ihn überhaupt mal kriegen. Was ist denn das für eine Scheißkarre? Alter. Das gibt's doch gar nicht. Was das für eine Scheißkarre ist, ey. Laden. Oh, der ist wie gar geil. Moment. Ich versuch grad einen Radiosender zu finden. Na, wir nehmen einfach das. So, jetzt kriegen wir ihn doch. Just push him off the fucking road. It's only a battery car. Come on. This ain't exactly a racer. Alter, den müssen wir doch kriegen damit. Aber ich hab Gefühl, das ist gescriptet. Ich glaub, wir fahren mal auf den Gleisen. Ah, der kleine Bastard hat über die Tränen gegangen. Wir können ein bisschen Spaß mit ihm. Aber wir versuchen, nicht zu töten, okay? Aber wir können die kleine Auto-Karte erinnern. Wer weiß, was wird passieren. Alter. Ah, gibts. das ding ist ja schon auf 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 maximum hier weg da das ist gescriptet glaube ich also ich bin mir nicht ganz sicher aber naja mal gucken oh gott komm schon komm schon komm schon das war jetzt nicht umsonst ich drücke hier gerade wirklich den da ist er wieder so ist immer auch ohne anhänger jetzt sind wir ein bisschen schneller ja wir fahren ja schon ups das kann natürlich passieren hey 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 you guys run out of batteries huh i didn't mean anything by it all right oh yeah well that little girl sat on my lap when she was two years old and i swore to god that i would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her look i'm just a dumb a-list celebrity trying to entertain america okay i got a lot of stuff going on right now dude besides you trying to kill me now i got multiple sexual harassment lawsuits plus i'm an addict all right and i've relapsed i can't stop jacking dude i jack it in traffic what's your talent huh i mean aside from love and sex dude haven't you seen my show it's not live it's not funny my genius i got no fucking talent you clearly ain't being humble t you proved your point yeah this is your daughter you should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head and you pants off okay okay what are you doing now i want you to dance sexy celebrity i mean i need music or are you trying to fucking annoy me huh i'll dance good all right now drop it like it's hot all right i want to see you get nice and low come on slower slower come on oh please don't kill me okay i'm supposed to be on a magazine cover next week all right all right come on get off take off go now before i change my mind i got it all on my camera you fucking pussy the world's gonna see your shit i'll go at home how the fuck did you do it without me for nine years huh oh shit Dave we need to talk i was about to tell you the same thing okay meet me at galileo observatory soon as you can get there okay tja hat er das wahrscheinlich schon mitge- mitbekommen eh dass Trevor in der stadt ist oh 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 okay ähm das war recht lustig war ne geile mission ich freu mich auf die nächste in der nächsten folge bis dahin bis dahin